Zum Wort ist niemand mehr gemeldet, die Debatte ist geschlossen. Wir kommen nunmehr zur Abstimmung über den Antrag der Abgeordneten Strache, Kolleginnen und Kollegen, dem Verfassungsausschuss zur Berichterstattung über den Antrag 1573a der Abgeordneten Hofer, Kolleginnen und Kollegen, betreffend ein Bundesverfassungsgesetz über die Freiheit zur unbeschränkten Verwendung vom Gargeld im Zahlungsverkehr, eine Frist bis 26. April 2016 zu setzen. Wer dafür ist, den bitte ich um ein Zeichen. Das ist die Minderheit abgelehnt.